Das ist ein kleiner, weiser Mann Und ein Mann, der gerne furzt Carl Berti mag es, wenn alte Männer seinen Mund mit Gasen aus dem Darm tragt Ja, direkt aus dem Anus füllen Es klappert schlimmer als eine Pinne Wenn dicke und fette alte grauhaarige Bastarde furzen Sodass sie es in Carl Bertils Nülle widerspiegeln Ja, der Priester, es macht ihm nichts aus Wenn sich auch alte Damen in sein neues Leben einlassen Es sind die Gase, die er essen möchte Er isst kein Essen Es sind die Fürze, von denen er lebt Ja, genau so ist es Er liebt es auch, gleichzeitig auf den Ball zu furzen Und normalerweise bittet er sie sogar, seinen Arsch mit Gasen zu füllen Dann treibt er mit einem Schlauch einen Trichter in seinen Arsch Und dann muss die andere Person dort Gase reinlassen Sein Traum wäre es, wenn es Fürze in Tuben zu kaufen und ihn allieren gäbe Wie zum Beispiel eine Gasflasche Dann wäre er sehr zufrieden gewesen Das stimmt! Dann wäre es für eine Sache, die Gase in Tüten